Die Welt lebt davon, dass Fragen gestellt werden, dass Sachen infrage gestellt werden. Ohne Frage stellen oder infrage stellen gibt es einfach keinen Fortschritt. Man könnte sich ja in der Postkutsche zufrieden geben, man kommt ja auch voran. Und man kann sich fragen, ist Raumfahrt nötig oder richtig? Aber erstmal muss man die Frage stellen. Ohne Fragen gibt es nur Stillstand. Neu denken, dass einfach sich damit nicht zufrieden geben, sich damit nicht begnügen, was ist. Henrik M. Broder schreibt für die Welt. Die Welt gehört denen, die neu denken. Als App gedruckt und auf welt.de.